Das ist ein PvP-Spiel, wo es darum geht, andere Leute zu töten und sich den Loot zu gönnen. Und du sagst, das ist ehrenlos von dir, wenn die da hingekommen sind, um uns zu töten. Junge, da kannst du nur lachen, da kannst du nur lachen. Denker, so ehrenlos, dass du dich verteidigst, so ehrenlos, dass du dich verteidigst, ich schwöre. Bro, er wollte mich töten, so ehrenlos, dass ich ihn getötet habe. Immer wieder köstlich, wir kommen die Tränen vor Lachen gefühlt. Oh, shit! Hat er keinen Bock. Hat er keinen Bock drauf, digga. Hat er keinen Bock drauf, ich sag dir das, du. Sind die auf den Server von Standardskill gegangen, oder was? Let's go, baby! Let's go! Der ist auch anders motiviert, kann das sein? Mit seiner scheiß Pistole. Äh, ich habe momentan, nur, also ich stream und zocke über den selben PC momentan. Aber will mir tatsächlich auch ein Dual-PC-Setup anschaffen. Let's go! Glück, dass ich überlebt habe, so wie ich bin, ne? Let's go, bro! Er ist auch mit Tote schon mit der Decke gekommen, du hast. Bro, ich kann es dir nicht ausdenken. Okay. 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 Auch ein YouTube-Kommentar. Ja, Hanky ist ein Durchschnittssniper, wenn überhaupt. Der ist permanent nur am Hardscopen. Ich schätze ihn eher so im unteren Dreierbereich ein, sagt er. YouTube-Kommentare at its best. Hardscopes only. Das ist der Content, den ihr liebt. Ja, ich bin nur am Hardscopen. Hardscopes only bei mir. Ist doch klar. Das mache ich immer. Und dann treffe ich auch nicht. Jetzt ist das halt so dieses Karma-Ding, weißt du? So, Furfe-Effekt-technisch. Gerade noch super, super, super hochmütig. Super eingebildet. Und dann erst mal schön vier Hardscopes daneben. Oh, er campt halt wirklich da. Er ist halt legit da am Campen, Bruder. Oh, scheiße! Er kommt über rechts, Digga. Er hatte Spezial-Ammo, Bruder. Er hatte legit Spezial-Ammo. Oh, wieso treffe ich denn nicht, Mann? Ich verstehe es nicht. I don't get it. Ich treffe gerade nicht. Oh, der hat sogar Cash gehabt, Digga. Das schmeckt. Haben wir sogar noch ein Selfies drin, jetzt. So hoch. Ich glaube, ich möchte keinen Krieg mehr, das gestern war entwürdigen. Digga, das Ding ist halt, die haben halt genau das, was sie gemacht haben, äh, was, was denen passiert ist, das haben sie halt mit Gustav gemacht. Bro, er kriegt zwei Hitmarker. Das kannst du dir nicht ausdenken, dieses Spiel. Er ist nocked, er ist fucking nocked, Bruder, und kassiert zwei, zwei Hitmarker in seiner Leiche, Digga. Nein, nein. Gestern, was wir gemacht haben, war alles regelkonform. Das war alles gut, so wie es passiert ist. Die haben einfach komplett die Karma-Stelle bekommen für das, was sie mit Gustav gemacht haben. Plus halt noch mehr, Digga. Der ganze Base wurde halt einfach Fullhops genommen. Aber das ist halt das Game. Das ist das Game. Wir haben uns dann alle Regen gehalten, deswegen alles easy. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Ach, Bruder. Nur noch zehn übrig. Ich habe ihn nicht gesehen. Schade, Schokolade.